und werde jetzt schlafen können wir könnten schlafen theoretisch jetzt geht ist der große vielleicht auch weg ich bin oben ich arbeite halt jetzt im hellen als im dunkeln sind auch vielleicht ein paar bäume nachgewachsen ja das sport ist ja an wo ich muss heute vordern was trinken mal wieder regnen dass die panzer mal wieder ich komme so ein beinchen am morgen vertraut kummer und sorgen und weiter geht die reise ein bäumchen fallen moment das ist gut ist vorbei die brücke dran so jetzt werden ja quasi nur drei seiten die abgedeckt werden müssen damit wir ein bisschen quasi so ein bisschen wer haben wir da müssen dass der höhe sicher sind sind einfacher als die ganze zeit da uns wirklich da rein zu drehen ja wir haben vorhin schon halt dass wir hier so vier fünf stück hatten auf einmal und dann ist das nicht angenehm wenn die dann gegen uns laufen auch wenn wir dann zu 14 mal oder so ach das war nun re ich hätte mich gerade gewundert was da so angaloppiert kam ja die wollen auch mal zwischendurch weg wo ich dann denke muss ich da jetzt hoch um das ding anzusetzen ne wenn du nach oben guckst da kannst du springen ich brauche nur dach kommt aus was auch wieder euch ja 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 läufer war wieder so ein großer ne nur ein kleiner läufer und ein äh also läufer häuptlingen kommen 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 gehen die falle noch lassen mich in ruhe ich hoffe dass der eine die falle geht das sind drei insgesamt vier wo ich komme rein das ist mir dazu heiß das sind vier leute ich habe noch drei oder vier stück im inventar ich hoffe dass wir mal die falle gehen oder so ich habe auch noch eins ja ich hatte die die hatte ich wohl noch im inventar okay ich hatte mich an sechs stück oder so okay gut ich habe spieler neues hier entdeckt na komm her geht zu wieder her hin oh 1 2 3 das ist gut umgelaufen das war die falle gelaufen hm 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 da sind die kleinste die werden wir das noch in ruhe bauen das müssen wir jetzt einfach mal nicht zu beachten vielleicht klappt es ja okay oder auch nicht das ist wieder so ein häuptling hm warte mich dass der mich jetzt pass auf da ist der jetzt reingepackt oder was ne ne der sind drei mann sind jetzt hier noch draußen ne da ist noch einer hier warte ist ja heil bleibst du liegen da der war nämlich noch nicht tot hier der eine mich einmal dazu kommen mit dem katana auszuholen ja war klar dass die olle sich da einmisch dann oder weiß ich nicht mehr machen bei den einen hätt ich gekriegt aber nicht gegen zwei gleichzeitig ich liege da am boden ich muss irgendwie mal gerät werden es wird wieder neues bonus ja moment versuch's dann habe ich hier vor schon wieder tot er kann doch nicht sein ich hab doch gerade ich war doch gerade am drücken war kurz davor ja die waren äh die sind zu dritt auf mich gestürzt also die haben angefangen mich zu fressen und dann war ich halt down scheiße ich hab schon gedrückt der der kreis der war schon äh ja fast voll aber ich weiß nicht wie schnell das mittlerweile geht woran das liegt ich hab natürlich gar nichts im flugzeug hier nicht mal die axt weißt du hier ist nichts der ding ist kleine leer kein futter gar nichts alkohol das ist also was ich kriege hier ist noch ein bisschen weit da ist die andere ja da ist ja nur weiter naja geil weißt du ok dann muss ich mal los ich sterbe jetzt eh gleich wieder weil ich nix zu essen habe weißt du riecht da im flugzeug nix mehr nein gar nix ist der denn jetzt hier ich freue mich jetzt gerade dass ich irgendwie zurückkomme weil ich hab mich nichts mehr ich verreck jetzt eh gar ich pass mal auf ich muss ja irgendwie mal was finden irgendwie mal einen pilz oder bären oder so aber hier ist gar nix soll ich dir mit was zu essen entgegen kommen ja das wäre super weil ich verreck jetzt hier gleich eh äh habe ich überhaupt was warte mal he 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 ja hab ich guck mal auch wie ich jetzt schnell genug bin die ausdauer halt ne ich hab kein inventar ich hab gar nix hier drin krass wie schnell die mich einfach mal kurz down hatten ausdauer kriege ich nicht ich bin jetzt in der Höhle Höhle ich hab jetzt Angst gerade dass ich jeden Moment umkippe zu trinken habe ich aber nichts zu essen ich hab noch 2000 soda gefunden wie gesagt die ausdauer die ist so hm 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 aber hier ist einfach mal jahre ich glaube ich sehe hier kommt ja das ist zu wenn das hier ich komme zumindest erst mal zurück danke ich kann ja so eingeben ich habe noch einen nee das ist das reicht das manchmal nämlich gerade aber ich habe jetzt ein viertel ungefähr voll warte mal ich gebe ich kurz waschen hier ich will hier in dem camp aber ich sehe ja nicht in dem zelten auch nicht gut ich bin doch blut überströmt aber ich muss dringend unbedingt nur mich jetzt hier das ist auch komisch bei der lager gerade wo du jetzt gestorben ist zwei rucksäcke rum okay ja es ging verdammt schnell auf jeden fall sich verdauen und ich habe nur drei ich habe einfach mal drei feind über mir die mir an mir klapperten so nehmen mit dem bildschirm das sind die nächsten hier weil das geht jetzt gerade extra aber liegt das vielleicht daran dass wir je nachdem wie viele tage man gemacht hat das kann sein und ich glaube auch wie viel man gebaut hat hier von oben gekriegt mein haushaus tote aber ich muss jetzt mal zurück erstmal den einen hatte ich auch gehabt ohne probleme wenn die alte sich noch mit eingemischt hätte welche ohne rolle durch gewesen ja so sind so die weiber die wirklich zwei rucksäcke keine zwei rucksäcke sind zwei aus aus für ist in zwei outfits das war die zwei aus für euch was kann ich muss ich trinken mal waschen bevor ich hier das nächste himmels 2,0 gehe ja erstmal wieder reinigen so mal wieder ein bisschen der umgebung mal ein paar so ich muss dringend was fressen hier ich hoffe das bisschen was fleischfällig so wieder voller aus dabei achten baumfeld warum denn nicht auf den wird auch schön gewesen du komm her hier geht es wieder weg ok du rennst weg dann bleib da brenn mein freund brennen seit wann fangen denn die büsche hier an zu brennen ich helfe noch ein bisschen mit und der ist tot jawoll super ein bisschen kräftigen ich bin rüstungslos ich habe keine rüstung mehr hör auf da kommt der nächste vor dir ich bin drin ich darf ich so nicht unterbrechen ich muss jetzt drauf bleiben ja ich habe mit der macher wieder darauf gehalten ja ich nehme mal den anderen mit dann kann man den mal abbrennen für ein bisschen für die rüstung wenn der die knochen rüstung wow wow verdammt da ja da kommt die nächste angelaufen naja ist wieder irgendwie so eine olle dabei wenn sich halt gehen weil es wieder dezent eskaliert beinchen beinchen fleisch was meins und ja ja minimum zwei bis drei stück müssen das jetzt sein irgendwie so ein dreh rum das war eine falle gelaufene arme kerl klatsch da steht aber noch einer links davor vor dir direkt steht auch eine alte und die nächste zack tot jetzt ist ja nicht mal eine schicht im schacht schluss mit lustig erstmal reinholen ja 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 ja